DOMRADIO.DE, christliche Nachrichten, herzlich willkommen. Der Kölner Erzbischof Kardinal Woelki warnt mit Blick auf die Corona-Pandemie vor einem Massensterben in den europäischen Flüchtlingslagern, insbesondere auf der griechischen Insel Lesbos. Lager wie das auf Lesbos müssten aufgelöst werden, sagte er dem Kölner Stadtanzeiger. Es müssten Orte gefunden werden, an denen die Menschen menschenwürdig leben könnten. Nötig sei ein sofortiges Handeln der Europäer und notfalls auch ein deutscher Alleingang. Europa dürfe sich nicht durch unterlassene Hilfe am Leid, vielleicht sogar am Tod so vieler Menschen mitschuldig machen, sagte Woelki. Die Zustände in den Flüchtlingslagern seien eine Schande für Europa. Der Kardinal forderte in einem ersten Schritt zumindest die Kinder und unbegleiteten Jugendlichen herauszuholen. Aber auch die anderen dürften nicht vergessen werden. Wenn die Menschen in den Lagern vom Coronavirus betroffen werden, würden sie hinweggerafft, weil keine Schutzmaßnahmen vorhanden seien und keine Möglichkeit bestehe, die entsprechenden Schutzmaßnahmen einzuhalten, sagte der Kölner Erzbischof. Im Flüchtlingskämpf Moria auf Lesbos, das für 3000 Menschen ausgerichtet ist, leben derzeit mehr als 20.000 Flüchtlinge unter sehr schlechten hygienischen Bedingungen. In seiner Frühmesse hat Papst Franziskus in der Corona-Krise zum Gebet für die Mitarbeiter in den Medien aufgerufen. Ich möchte, dass wir für alle jene beten, die in den Medien arbeiten, die sich für Kommunikation einsetzen, damit die Menschen sich nicht so isoliert fühlen, sagte das Kirchenoberhaupt zu Beginn des Gottesdienstes. Es gehe dabei auch um Erziehung der Kinder, um Bildung und um Hilfe, diese Zeit des Eingeschlossenseins zu überstehen. In seiner Predigt in der Kapelle seiner Residenz Santa Marta rief Franziskus die Christen auf, treu zu der Botschaft Jesu zu stehen. Es gehe nicht darum, gut argumentieren zu können oder sich irgendwelchen Ideologien hinzugeben. Es komme allein darauf an, ganz im Geist Jesu zu leben und zu handeln. An der Frühmesse nahmen, wie schon in den vergangenen Wochen, wegen der Ausgangs- und Kontaktsperre in Italien keine Besucher teil. Der Gottesdienst wurde im Internet, in kirchlichen Fernsehsendern sowie im öffentlich-rechtlichen italienischen Fernsehen übertragen. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann hat die Bedeutung von Verantwortung und Solidarität während der Corona-Pandemie betont. Sie würde dann, wenn das Gröbste im Kampf gegen das Virus überstanden sei, mindestens so wichtig sein, damit es nicht zu sozialen Verwerfungen in unserem Land komme, sagte er der Trierer Bistumszeitung Paulinus. Dann hätte das Coronavirus uns nämlich mit einem Erreger infiziert, der wahrscheinlich noch schwerer und langfristiger zu bekämpfen sein werde als das Virus selbst. Auch auf der internationalen Ebene brauche es mehr Verantwortung und Solidarität. Kein Mensch und kein Land sei eine Insel für sich, betonte Ackermann. Deshalb bleibe die Frage nach einem Lebensstil, der nicht zulasten der schwachen und der kommenden Generationen gehe, auf der Agenda. In einer solchen Krise kämen sowohl die positiven als auch die negativen Kräfte in einer Gesellschaft zum Vorschein. Man sehe Formen von Egoismus und Ellbogenmentalität, sagte Ackermann dem Paulinus. Als Beispiel nannte er Hamsterkäufe, Diebstähle von Desinfektionsmitteln und wieder aufkommenden Nationalismus. Andererseits gäbe es spontane Mitmenschlichkeit und Solidarität im Land und internationale Kooperationen. Der Benediktinerpater und Bestsellerautor Anselm Grün gibt es nun auch via Videotipps für ein friedliches Zusammenleben während der Corona-Krise. Ab Donnerstag werden die kurzen Filme jeweils werktags um 22.15 Uhr auf ARD Alpha ausgestrahlt und sind schon ab sofort in der Mediathek des Bayerischen Rundfunk abrufbar. Der Münster-Schwarzacher Benediktiner spricht darin über Nähe und Distanz in Familien in Zeiten der Quarantäne, über Rituale im Alltag und darüber, wie man mit einem Lagerkoller umgehe. Außerdem geht der Pater auch darauf ein, wie man diese Krise als Chance verstehen kann. Grün veröffentlichte vergangene Woche im Freiburger Herder Verlag das Buch Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung, so gelingt friedliches Zusammenleben zu Hause. Es erschien zunächst als E-Book, eine gedruckte Ausgabe soll in den nächsten Tagen folgen. Der Mönch gilt mit derzeit mehr als 300 lieferbaren Büchern in einer Auflage von mehr als 20 Millionen Büchern als der erfolgreichste christliche Buchautor in Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018